Was? T-Rex! Oh Gott! Wo, wo, wo? Direkt hinter dir! Oh Gott! Alter, wie der auf einmal von der Seite kam! Aber wir sind, das ist unsere Hurt! Okay, du gehst nach Hause, hast du gehört! Alter! Tschüssi! Au! Hab ich nicht gehauen? Ja, ich wollte gerade die Erfolge anfangen! Isi, so geht das nicht! Alter, ich hab dich schon wieder hingekackt! Ja, das war's alles! Tu mal wieder, Leute! Willkommen zurück! Zu Dizzy vs. Dinos, einer neuen Folge ARK und Schwertkämpfer! Isi, probiert sich hier gerade ein bisschen aus, Leute! Denn ihr seht ja, morgen ist es wieder soweit! Wir werden in eine neue Höhle gehen! In eine nochmal schwierigerer Höhle! Und die wird uns einiges abverlangen! Es wird wieder kalt werden! Es wird relativ viele Gegner geben! Und die Höhle ist... Oh! Oh, das ist nicht gut, Isi! Die Höhle soll auch relativ kurz sein, aber sie soll sehr hohe Jump-Skills von uns verlangen! Wow! Und, oh ja! Deswegen müssen wir ein bisschen trainieren heute, Leute! Und wir brauchen eine neue Rüstung! Deswegen müssen wir nochmal ins Schneegebiet gleich... Gleich mal rüberflitzen! Und wir werden die Wölfe mitnehmen und denen ein bisschen Gassi gehen in ihrem natürlichen Biom, in ihrer natürlichen Umgebung im Schneegebiet! Und wir haben uns ein bisschen Pelz von dem Mammuts catchen! Und, äh... Das haben wir auf jeden Fall heute followed! Das heißt, dass es unser... Ja, mit den beiden machen wir das! Da unten, ne? Dein Kumpel! Du solltest vielleicht ein bisschen mehr auf deinen Kumpel aufpassen! Wo ist mein Kumpel? Ich hab die ganze Zeit gedacht, wo ist mein Kumpel eigentlich? Ach, hier unten! Der steht auf Wandering! Kumpel! Mein lieber Kumpel! Der läuft die ganze Zeit hier durch die Gegend! Echt? Oh, jetzt hat er sich verfangen! Aber ich hab ihn niemals auf Wandering gestellt! Er hat ein Level-Up! Vielleicht hat er selbst irgendwas getötet in der Zeit! Er hat sogar Chitin bekommen! Äh... Mein Kumpel, Leute... Äh... Geht auf Melee Damage! Er hat zwei Level-Ups gehabt! Geil, Kumpel! Mila hatte drei! Boah! Nicht schlecht! Cool! Leute, mit unserem kleinen Haus-Teen hier machen wir auch noch mal was! Aber heute müssen wir uns eben wirklich vorbereiten auf die Höhle! Das heißt, zum ersten Mal seit zwei Wochen gehen wir wieder in eine neue Höhle rein! Eieiei, das kann ja was geben! Und... Das muss diesmal auch nicht laufen! Ich würd' sagen, schnapp dir den Dumbo und flieg mal zurück ins Paradiesel! Mhm! Und der Dumbo hat auch Level-Up sehe ich gerade! Ist da irgendwas hier... Ja, stimmt! Kannst direkt mal upgrade! Und er hat auch noch... Du hast noch deine Pfeile und so weiter in ihm drin, ne? Die kannst du gleich ausnehmen! Ja, die brauchen wir dann! Nimm mal noch ein paar neue Pfeile für mich! Und dann, ähm... Und dann können wir... Der Dumbo ist gestartet! Sehr gut! Ich bin immer noch nicht auf Piet! Bewegt sich nun Richtung Paradies! So, jetzt bin ich auch auf Piet! Schau, wie es noch dich einzuholen! Oh, du hast guten Vorsprung gesehen! Ja, ich hab aber richtig lang gebraucht, bis ich drauf war! Oh doch, da vorne bist du erst! Durch den Wald bewegt sich so ein riesiger... Riesiger... Und da bin ich vor dir! Riesiger Vogel mit irgendeinem Haus drauf gebaut! Ich find den Dumbo richtig cool! Ich mag den Dumbo auch! Richtig gerne hab ich den Dumbo, Leute! Da vorne sind schon... Sehe ich schon... Dort... Ah, ist Arco da hinten! Ganz alleine! Ersch ist da vorne, aber wo ist denn... Boah, wir haben noch 42 Pillars hier drin, noch 25 Fans Foundation und noch 8 Wood Walls! Also das... Achso, die müssen wir aber kurz umsortieren! Die müssen nach oben ins Haus! Und... Oh! Hä? Hä? Ich bin... Ich hab eine Taste... Die falsche Taste meine Hotbar gedrückt und jetzt hab ich ne Fans Foundation gecrafted! Nice! Dann hast du wahrscheinlich nach das... Ich stimme, ich hab auch noch Baumaterial bei mir aus so in der letzten Folge! Leute, ihr habt's ja gesehen! Wir haben uns unsere... Unsere Unterwasser Base ja auch nicht aufgebaut! Falls ihr es jetzt voll nicht gesehen habt, checkt's bei Izzy aus! Und die ist jetzt mittlerweile eigentlich ganz gut geworden mit den ganzen Pillars und so! Die war ja am Anfang ja nicht so gut! Stand ja auch in den Kommentaren und anderen Leute! Aber mittlerweile muss ich schon sagen, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit! Das kann man schon so anbieten, wie wir das mittlerweile irgendwie hier alles so gemacht haben! Wir haben sogar ein paar Sealings hinten in der Kiste drin, ne? Sealings? Ja, ein paar Sealings! Die können wir theoretisch auch noch verwenden, dafür unsere Wasser Base! Stimmt! Aber das ist alles ein Thema für ein andermal! Jetzt müssen wir uns ein bisschen vorbereiten, Izzy! Wir brauchen viel gebratenes Fleisch! Das kriegen wir aber eh noch im Schneegebiet, denke ich mal! Das sollte kein Problem sein! Was wir hier mitnehmen müssen ist, ähm... Du kannst dich wie gesagt um Pfeile mal eben kümmern und das aus dem Dumbo alles rauskommt! Und ich kümmere mich dann mal kurz um Medical Brew! Das heißt, äh... Mr. Money Boy! Na, Mr. Money Boy hat leider nichts grad am Stitzel! Aber wie sieht's aus mit Bruno? Ich brauche nämlich Tinto-Barries, Leute! Denn damit... Jawohl! Tinto-Barries sind hier einige noch am Start! Und nochmal auf Milli-Damage können wir ein Upgrade! Und nochmal! Und nochmal! Alter! Voll viele Upgrades gehabt! Manchmal wird sich ja in den Kommentaren beschwert, dass wir nicht so häufig die Updates machen! Und manchmal kann ich das verstehen! Und halt auch so viele so häufig! Ja! Man verliert ein bisschen den Überblick! Wir haben auch richtig viel Thatch im Bruno drin gehabt! Und das bringe ich mal eben zu unserer Scheißfabrik hier vorne! Hallo! Und wir müssen unbedingt mal so ein Beetle zähmen! Aber ich glaube, in der Hülle, in der wir heute dann sind... Äh, morgen sind... Da gibt es noch keine, ähm... Beetles wieder! Weil mit denen kannst du deine... Das ist viel besser als ein Kompost bin! Kriegst du Öl und... Ähm... Und fertigen Fertilizer! Fertilizer! Also fertigen Dünger! Kriegt man automatisch aus diesen Mistkäfern raus! Wir müssen auch immer noch unsere Plant X irgendwann platzieren! Ja! Wir müssen uns ja sowieso noch in Zukunft ein bisschen mehr hier ums Paradies kümmern! Da gibt es noch einiges zu tun! Da gibt es definitiv noch einiges zu tun! Haben sich viele gewünscht! Ja! Ausleuchten finde ich auch richtig cool! Wenn wir das ganze Paradies, Leute, machen wir zu unserem eigenen auf jeden Fall! Das haben wir definitiv vorne! Und ich nehme mal ein bisschen die Fertilizer, den fertigen Fertilizer, Leute! Neh ich mal kurz raus! Und pack den mal hier vorne rein! Weil ich glaube auch hier bei unseren Pflanzen noch ist ja alles in Ordnung! Aber die verbrauchen ja auch mit der Zeit ihren Fertilizer! Und äh... Nicht, dass uns die Pflanzen eingehen, Izzy, ne? Das wäre ja wirklich... Also das wäre... Uns ist schon mal eine Pflanze eingegangen! Ja! Das war gar nicht gut! Aber Hauptsache nicht die Plant X! Ne, ne! Die Plant X, die... Äh, au! Upsi! Wir sollten auch irgendwann die Fenster ersetzen durch Glasfenster hier, theoretisch! Ja! Sollten wir definitiv machen! Ne, Plant X hat auf jeden Fall ordentlich noch was! Ähm... Narkotics brauche ich jetzt noch, Leute! Für die Medical Bro, damit wir uns ordentlich Leben dann wieder... Ähm... Beschaffen können! So, Narkotics auch noch ordentlich drin! Hab ich noch 50, aber ansonsten sind noch noch unten, glaube ich, genug! Ne, es ist schon... Es ist Wasser drin und so alles! Ich brauche eigentlich nur noch ein bisschen noch für Wasser ein bisschen... Äh! Äh! Lass mich hoch! Ich muss ein bisschen Wasser besorgen, damit ich die Massenproduktion hier anschmeißen kann! Massenproduktion! Wir hatten doch eigentlich hier noch etwas... Ja... Ein zumindest! Hast du noch irgendwo so ein, äh... Water-Hide-Ding? Mh... Wenn! Wahrscheinlich eine Smitty oder so! Ich schau gleich mal rein! Ne! Ne, eigentlich nicht! So, aber wo ist eigentlich mein Wasser hier? Achso, hatte ich hier... Ich hab ne Quentin halt! Ja! So, Leute! Der Water-Jar, den können wir gleich schon wieder neu dann befüllen! Und, äh... Die Water-Cantin können wir auch gleich befüllen! Aber jetzt haben wir ja schon mal... Äh... Gleich zwei Medical Brew fertig! Und wir brauchen halt... Wir brauchen... Wir brauchen beide ein paar! Die werden wir dann mitnehmen! Das ist sozusagen unsere Notration! Damit kann man uns hier halt instant 40 Leben wiedergeben! Von den 300, die wir mittlerweile ja jeweils haben! Durch unsere ganzen Level-Ups! Das ist schon... Das ist schon teilweise ganz hilfreich! Aber hauptsächlich müssen wir halt eben... Die gute Rüstung haben! Damit uns gar nicht mehr so kalt wird! Das wird auf jeden Fall ein großer Vorteil in der neuen Höhle dann sein! Was meinst du, wie viele Pfeile braucht jeder? Jeder 100 reicht locker aus! Und ich hab schon 25! Okay, ich hab jetzt nämlich 100 gemacht! Also ich hab jetzt 110 gerade! Okay! Heißt noch so um die... 40 rum... Das sollte... Easy gehen! Ja! Mal kurz Wasser hier alles auffüllen! Dann werden wieder drei gemacht! Oh, da unten! War da ein Kahn oder was? War da unten im Paradies, Leute? Hab ich grad gar nicht... Hab ich grad gar nicht richtig gesehen! Noch mal gucken! Gucken! Na, was haben wir hier unten zu Gast gehabt? Brauchen wir noch Schuss für die Longneck-Rifle? An Raptor! Ähm, Schuss, Schüsse für die Longneck-Rifle? Ja! Ne, ich hab mehr als genug! Ich hab 50! Das reicht eigentlich auch! Ich hab 150 oder so! Boah, was? Okay! Ich glaub ich hab die mal aus deinem... Irgendwo hab ich die mal eingesammelt, die eigentlich von dir waren oder so! Ich weiß nicht genau! Okay! Und hattest du noch im Quetz noch welche gehabt? Äh, die hab ich schon rüber gezogen! Das waren ja meine! Ich hatte gar keine mehr im Inventar! Okay, okay! So! Dann reicht das! Du kannst direkt auch mal hier bleiben! Dann kann ich dir schon mal deine Pfeile geben! Ja! Jetzt bin ich nämlich wieder zu schwer! Ja! Gerne! Dann haben wir einmal gepfiffen aus Versehen! Das war nicht so gut! Oh! Was hab ich jetzt gegeben? Wie viel hast du jetzt? Ähm, ich geb doch mal gleich deine rüber! So! Dann hast du noch Schüsse bekommen! Okay! Danke! Okay! So, ich hab jetzt fünf... Ja, ich hab 125 Pfeile! Das reicht locker aus! Sehr gut! Ich hab 100! Passt! Perlen lassen wir hier, Leute! Stein lassen wir auch mal hier! Brauchen wir auch hier eigentlich im Moment so nicht! Okay! Ich hab dann jetzt eigentlich genug! Kann gleich hier nochmal wieder das Wasser ausgetauscht werden! Ich versuch schon mal! Du kannst ein bisschen Auge drauf haben, dass hier immer genug Wasser drin ist im Kochtopf hier! Okay! Du musst immer... Also gerade ist noch genug drin! Ich hab ja drei Wasserdinger! Die kannst dann eigentlich immer alle drei auffüllen oder so! Dann machen wir uns hier ein bisschen Wasser! Ich versuch schon mal! Es wird gar nicht so leicht sein, Ghost und Arco auf den Quetz drauf zu bekommen! Das ist ja gar nicht so einfach! Ja, das müssen wir dann echt wieder vielleicht so machen, wie wir es auch beim T-Rex gemacht haben! Kommissaren Rex vielleicht! Was halt geht, dass der Quetz sich vielleicht unten hinstellt und wir von oben so rauf gehen! Ich hab ein bisschen Angst, dass die runterfallen! Uiuiui! Ja! Also wenn wir das hier vorne direkt am Wasser machen, dann wäre das ja gar nicht tief! So! Vorne war irgendwo der Raptor! Da vorne ist der, Leute! Der muss hier leider erstmal direkt dran glauben! Hallo Raptor! Hallo Raptor! Bist du schon am Leveln? Bist du schon am Leveln? Ne, ne, nur mit einem Raptor-Benny habe ich nur... Ja, mit Ghost bist du am Leveln für die Höhle! Ah ne, die müssen wir ja gar nicht! Ne! Den nehmen wir nicht mit in die Höhle! Ähm, im Notfall würde ich vielleicht mal sagen! Ich glaube, das ist nicht mal eine Höhle, bei der das geht! Okay! Okay! Weil die... Da muss man teilweise sogar crouchen, weil sie muss auf den Boden gehen und so weiter! Oh! Uiuiui! Ja, ja! Richtiges Jump'n'Run! Da sind wir ja auch Minecraft mit die Besten in Deutschland drin, ja? Mit... Ja, ja! ESL! Genau! Haha! ESL im Crouchen! Haha! Sehr gut! Okay, ich glaube hier unten ist safe, Leute! Dann bring ich mal den, ähm... Den Quetz hier einmal hin! Sechs Medical Brew haben wir schon! Sechs Medical Brew? Mhm! Okay, sehr gut! Wir brauchen 20 oder so! Sollte aber nicht allzu lang dauern eigentlich! Joaah! Ähm... So... Wo ist denn mein Dumbo? Da ist mein Dumbo, Leute! Hallo Dumbo! Oh! Ah! Jetzt komm ich hier nicht rüber! So! Tür auf! Den Dumbo, den stellen wir dann mal hier unten hin! So! Boah! Wackelt alles! Wir brauchen uns... Wir benutzen wieder das Schwert, oder? Wir könnten uns theoretisch die bessere Pike machen, aber wir benutzen trotzdem das Schwert! Wir nehmen das Schwert! Oder es sieht sehr gut aus hier, muss ich sagen! Es sieht sehr, sehr gut aus! Was sieht gut aus? Äh... Dass man den ja perfekt draufladen kann! Achso, ja! Ich glaube... Ich glaube, das wird kein Problem! Das ist echt gut, dass wir so eine natürliche Ladestation haben! Ich glaube, andere Leute, wenn die nicht so einen direkten Zusammenhang gebaut haben, die müssen nicht für sowas direkt so eine richtige Ladestation bauen! So mit mehreren Stockwerken, weißt du? Und wir... Und mit so Rampen und so und bei uns... Wir machen das einfach so easy! Schon das Beste, das Paradise hier! Das Paradise ist sowieso das Beste, was es gibt! Wenn wir jetzt mit Ghost überhaupt hochkommen... Hm? Shit! Ja, das geht hier außen! Kann man... Aber nur ganz außen kommt man da hoch, oder? Äh... Eigentlich ja! Ja! Hast du das Wasser im... Hast du das Wasser im Blick? Ja, hatte ich eigentlich! Also... Wohl gerade noch hier... Warte mal Akku! Check das mal! Also ich kann mir grad nicht hoch... Auf welcher Seite meinst du? Äh... Rechts! Ich glaube an beiden sogar! Und? Ich weiß nicht... Springen die irgendwie weniger hoch als früher, die Wölfe? Hä... Weiß ich nicht... Habe ich ganz stark das Gefühl, muss ich sagen... Muss nochmal... Gern mal hier hochstehen, Leute! Dann seh ich nämlich gar nix mehr! Gern mal dry... Zumindest mal! Ja, das gleich nochmal! Ich guck mal grad... Oh nein! Ich hab mich verfangen! Guck mal grad nochmal nach dem Wasser! Durch die Tür kommst du mit denen nicht, ne? Hä? Durch die Tür kommst du mit denen nicht, ne? Ne, leider nicht! Bin ich mir ziemlich sicher! Ich möchte doch nur mit denen hier reinkommen, Leute! Ich möchte euch das einmal hier zeigen, wie das funktioniert! Ach! Tür auf! Ghost rein! Oder? Ghost ist leider fett geworden, oder? Kann das sein? Das kann auch sein, ja! Hä? Kacken ja auch nicht so viel! Ne, die kommen hier niemals rein! Müsst du bald mal ne Dino-Tür hinmachen oder so! Ach, hier! Ja, hier müsste es doch eigentlich... oder? Ja, hier geht's! Ja, hier müsste es klappen, genau! Dann, äh... Hier, schau mal hier unten! So! Zack! Und... Da bin ich drauf! Ja! Geht ziemlich einfach! Bin schon jetzt hier drauf, Leute! Das heißt, Ghost ist auf dem Dumbo drauf! Und dann bringen wir gleich auch noch Arco hin! Arco kommt! Unsere ganzen Sachen haben wir gleich dabei! Oh, shit! Bin gar nicht gesprungen! Das musst du noch mal neu machen, mein Lieber! Zu schnell gelaufen! Das heißt, wir holen uns auch kurz die nötigen... Die Medical Brews mal weiter! Habt ihr gesehen? Tinto Basin, dann Cortex, bisschen Wasser, müssen wir noch hinzufügen! Machen wir uns ordentlich von der Medical Brew! Ähm... Und dann geht es ab! Ein bisschen Metall müssen wir mitnehmen! Damit wir die nötigen Rohstoffe haben! Eben gleich, um die Rüstung im Schneegebiet zu machen! Die Vorrüstung! Dafür müssen wir noch Pelz sammeln! Das machen wir ja gleich! Aber alles im Schneebium! Dafür fliegen wir gleich dahin! Deswegen gibt es jetzt einen kurzen Zeitraffer! Und dann sehen wir uns gleich im Schneebium wieder! Pinzifino, Winter im Schneebium! Und da sind wir zurück bei Rudolf. Und beim Leuchtturm, Leute. Der Izzy Airline hat uns hier perfekt hingebracht. Da sind wir gelandet. Alle sind noch am Stand. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Wir sind gerade gelandet und ich sage dann Hallo. Das war schon. Ich bin echt kein professioneller Käpt'n, ja, muss ich sagen. Kein Pilot. Das merkt man schon. Und ich weiß nicht, ob ich da noch mal mitfliegen möchte. So, doch, war doch alles safe. Hat doch alles gut geklappt. Ja, gut. Ich habe ein bisschen geschlafen in der Zeit. Ein bisschen Zeitraube gemacht. Sehr gut. Aber komm mal rein, Izzy. Ja, und schließ die Luke, dass wir uns kurz einen Ticken aufwärmen können. Dass wir wieder volles Leben haben hier. Und stell schön hier ran. Ich habe mal gerade die Air Condition hier angemacht. Sehr gut, auch gut. Oh, und der Dumbo schaut ja schon so ein bisschen rein da oben am Fenster. Siehst du das? Das ist ein bisschen neidisch, glaube ich. Das ist auch ein bisschen kalt. Aber wir müssen uns halt eben gleich die Vorrüstung machen. Und dafür brauchen wir richtig viel Pell. 700 Stück oder so. Das müssen wir uns gleich besorgen. Wir können schon mal kurz umladen. Aber es ist Metall wieder hier rein. Das geht ja super schnell, Izzy. Aber das ist ein Dumbo, ne? Ja, wir können auch, glaube ich, sicherheitshalber ein bisschen Zeug jetzt, das ganze Schusswaffenzeugs hier lassen, oder? Falls wir sterben? Ah, wir sterben nicht. Da muss ich jetzt nicht so umsortieren, glaube ich. Sortier kurz um. Und dann machen wir uns auf mit Ghost und mit... Ein Fabricator. Mit Arco, genau, ein Fabricator. Die sind ja hier zu Hause, Izzy, weißt du? Die sind hier, die wohnen hier. Und die kommen hierher. Und das ist deren Block, weißt du, das ist deren Hood, deren Hometown. Und wenn wir mit denen unterwegs sind, dann ist das, glaube ich, alles gar kein Problem. So, Metall ist jetzt auch hier im Moment entladen. Ich habe auch wieder Leben praktisch voll. Deswegen würde ich sagen, Izzy, lass uns gar nicht hier weiter fackeln. Ihr habt jetzt wahrscheinlich Zeitraffer gesehen, wir haben uns noch Granaten gemacht. Ist ja drei, ich habe vier Stück. Mal gucken, ob wir die dieses Mal einsetzen können. Wir haben beide jeweils... Was? Wo ist die Medical Brew? Hast du deine nicht rausgenommen? Nein. Ich habe meine rausgenommen. Oh, ich bin ja so dumm. Okay, Leute, ihr habt gesehen, wir haben 20 Medical Brew gemacht. Ich habe auch Izzy gesagt, nimm dir deine raus. Das hat er natürlich auch brav gemacht. Aber ich, der Dummkopf, habe es natürlich bei meiner eigenen nicht gemacht. Wundervoll. Haben wir denn hier irgendwo noch Narkotik? Weil dann könnte ich mir zumindest noch ein paar machen. Siehst du hier irgendwo Narkotik? Ich kann mal nachschauen. Der Smithy ist nicht. Boah, das würde mich ehrlich gesagt wundern. Ich habe immer irgendwo Narkotik. Aber falls wir keine haben, Izzy, dann ist das so. Dann müssen wir uns die zehn, die du hast, teilen. Ja, okay. Wir sind ja sowieso, aber haben wir dann gleich eine gute Rüstung eigentlich. Das heißt, wir sollten eigentlich relativ gut gerüstet sein. Dann lass uns direkt los, oder? Ja, Rudolf hat auch keinen Narkotik mehr. Dann lass uns los, ja. Auf goes und Arco rauf, Leute. Wir holen uns jetzt, was wir brauchen, nämlich die ordentliche Fuhrrüstung. Das ist natürlich wieder kurz jetzt ein bisschen peinlich für mich, dass ich das jetzt verkackt habe. So schlimm ist es nicht. Es sind immer so viele Sachen in Arco, an die man denken muss. Wir haben gerade für diese Mini-Vorbereitung, wir mussten uns ja nicht mal krass vorbereiten. Nur so ein bisschen vorbereiten. Da haben wir, glaube ich, 25 echte Minuten oder so gebraucht. Das war schon ziemlich krass. Ich glaube, die Leute kennen das mittlerweile schon, wenn wir sagen, wir müssen uns eben kurz vorbereiten. Deswegen gab es auch den Zeitraffer, Leute. Das dauert immer ewig, was man hier machen muss. So, und jetzt werden die Mammuts hier getötet. Wir sind mit Ghost und Arco unterwegs. Indian-Hometown. Und wir machen hier alles kaputt. Boah, Alter, echt richtig zerfetzt. Müssen wir jetzt eigentlich Angst haben um Kumpel und um Mila? Oder kriegen die null Schaden? Ich glaube, die kriegen keinen Schaden, wenn die auf der Schulter sind. Guck mal, wir kriegen ja selbst auch keinen Schaden, wenn wir auf einem Dino sind. Ja, stimmt. So, okay. Lass uns schön schnell das Ganze machen. Und nicht so lange aufhalten, dass wir irgendwelchen Adler oder irgendwas... Adler geben eh kein Feld, ne? Ne, eben. Ich glaube zumindest, klingen, glaube ich, nix. Schön weiter. So, Fleisch kriegen wir auch mehr als genug. Das können wir gleich noch beraten. Davon müssen wir uns ja auch ordentlich was mitnehmen. Und ich bin zu schwer, weil ich so viel Heid hier drin habe. Was? Echt? Und so viel Fleisch. Ja, ich habe den nie entleert. Und der hat richtig, richtig, richtig viel Heid. Mein Akku freut sich richtig, dass ich jetzt lecker Happy bekommen. Der hat schon so lange nicht mehr gegessen. So, und ich habe... Was? T-Rex! Oh Gott. Wo, 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 wo? Direkt hinter dir. Oh Gott! Alter, wie der auf einmal von der Seite kam. Aber wir sehen, das ist unsere Hurt. Okay, du gehst nach Hause, hast du gehört. Alter. Boah. Tschüssi. So, wie der da runterrutscht. Ich habe irgendeine blaue Spitzhacke oder so rausgehauen gerade eben in der Panik, die eigentlich auch irgendwie noch drin hatte im Inventar. Warum auch immer. Eine blaue Spitzhacke? Ja, die solltest du nicht raushauen. Ja. Boah, es ist voll kalt gerade. Wir müssen uns echt ein bisschen ranhalten. Okay, okay, okay. Halt. Es steht sonst in den Kommentaren... Oder war sie, es steht sonst in den Kommentaren, dass wir nicht rauswerfen und ich mitnehme. Ich kann sie nämlich aufsammeln gerade. Da. Ja, eine blaue Metal-Pick. Nicht schlecht. Ja, haben wir die gerade bekommen? Die war die ganze Zeit... Nee, die war ein Ghost drin. Der hat halt so viel... Wir haben halt so viele Sachen immer getötet mit damit. Und deswegen hat er so viele Sachen. Okay. Das ist, äh, krass auf jeden Fall. Oh, und der hat auch noch Pels. Es macht gerade voll Spaß, nochmal mit den Wölfen unterwegs zu sein, finde ich. Voll cool. Ja. Auch wenn es echt viel zu kalt ist. Wir haben die falsche Rüstung halt an, ne? 87 Pelt hab ich aber schon. Ja, auch schon irgendwas in die Richtung. Lass direkt weiter. Ich glaube, wir müssen auch mehrere Runs machen, weil die viel zu schnell voll sind. Die, ähm... Da vorne geht's aber weiter. Oh, da vorne... Ja, da vorne ist wieder ein T-Rex. Ja, den töten wir schnell. Aber hier vorne ist auch noch ein, äh... Ah, ein kleiner Megalotz. Der Ross. Oh, nicht den Orkot. Das war falsch. Der haut aber irgendwie ab. Aua. Ja, gut, soll er abhauen. Okay. Ne, der hat nur so einen großen Wendekreis, glaube ich. Ja, ja. Okay. Der T-Rex ist tot, glaube ich, oder? Oder wo ist er? Echt? Ne, der lebt noch fast. Aber der kämpft gegen die Mammuts. Siehst du das? Egal, lass schnell rauf da. Wir kommen hinterher. Wir können auch auf der... Hier. Alter, hier sind übelst viele Mammuts. Und viele Wölfe. Alter. Oh ja. Was geht hier ab? Ah! Jungen, was hier abgeht. Alter Schwede, wir töten aber alles. So ein richtiges Gemetzel und alles ist tot, wenn wir kommen. Äh. Oh, ich muss hier gerade mal ein bisschen raus. Hauptsache, im Wasser... Kannst du mir kurz mithelfen, weil ich bin zu schwer. Okay, okay, okay. Und will nur noch hier raus. Okay. Im Wasser ist uns einfach nicht zu kalt, aber aus dem Wasser schon. Echt? Ja. Okay. Ähm. Ich bin viel zu schwer die ganze Zeit. Was hab ich denn so krass schwer, was hier drauf ist? Ich mein, ich hab halt jede Menge Hyde, aber Hyde macht halt eigentlich nicht so viel aus. Ich hab halt... Ich hab halt alleine 131... Wie viel Pelt hast du denn schon? 131 Pelt hab ich alleine schon. Das ist halt schwer, ne? Das ist schwer, ja. Was hast du denn für ein Weight auf dem Ghost? 309. Boah, das ist ja eigentlich voll viel. Ich hab 248. Ich bin halt selbst auch relativ schwer, glaube ich, weil ich so viele Pfeile und Munition und so weiter hab. Achso, ja, das hab ich extra tatsächlich doch noch ausgeladen eben. Okay. Oh, guck mal! Was? Der große Megalodon hier. Oh, stimmt. Ähm, dann lass uns das gleich schnell nach Hause bringen. Okay, warte, da oben ist noch ein... Ich kann sowieso nichts mehr nehmen, weil ich zu schwer bin. Ja, das nehm ich noch eben mit. Okay. Da grad so alleine. Das gönne ich mir noch eben. Los, gib mir dein Pelt! Bin schon zu langsam, ey. Voll krass. Was soll ich hier noch rauswerfen? Boah, das gibt aber auch richtig viel Pelt. Alter, 100 Pelt noch dazu geholt. 100 Pelt hast du dadurch bekommen? Aus einem Mammut, ja. Pass. Nicht schlecht, das hat sich definitiv gelohnt. Schnell nach Hause, Leute. Dann haben wir schon mal den ersten Teil. Müssen wir noch einen so einen halben Run machen oder so, glaube ich. Ja. Dann sollten wir... Dann holen wir uns einfach direkt nur die Mammut. Wolf noch hier. Nochmal elf Pelt. Jetzt bin ich definitiv zu schwer. Scheiße. Bin zu schwer, Leute. Ich wieg zu viel. Es tut mir leid. Oh Gott, hier ist noch ein T-Rex. Oh Gott. Alter, sieht aus, die Kommissarin Rex. Ne, ne, das ist ja aber nicht. Deswegen, Leute, haben wir gesagt, brauchen wir eigentlich eine Verteidigung hier. Im Moment muss Rudolf das ganz alleine machen. Rudolf und unser Gate. Wir müssen ganz alleine aufpassen, dass hier nichts irgendwie gefährliches zu uns kommt. Lena, pass auf, dass du dich wieder da unten in diese Ecke landest. Nein, nein, da lande ich nicht. Immer schön links halten. Ich muss erst mal wieder meine Stamina nachladen, weil ich gar nicht vorankomme hier. Okay. So. Nicht in die Ecke unten rein, Leute. Ich bagge in einem Baum drin, das ist sehr geil. Hä? So. Okay. Ist auch mal so geil, dass wir einfach außen am Tor vorbeilaufen. Ne, ich gehe durchs Tor durch. Okay. Äh, packen wir das Pelt in den Dumbo oder direkt rein, ne? Ähm, wir packen es direkt rein. Müssen ja drinnen auch craften. Wo craften wir das? In Fabricator. Oh, in der Schmitzi. Ne, in der Schmitzi. In der Schmitzi, ne? Ja, stimmt. Dann muss das Metall auch in die Schmitzi haben, weil das da mal falsch bewegt. So, und ich habe auch schon eine Hälfte Leben, nur noch jetzt wegen der Kälte. Nur wegen der Kälte. Das heißt, wir brauchen wirklich dringend, Leute, unsere kälteresistente Rüstung. So, hier kommt das ganze schöne Zeug rein. Ja, und da habe ich wirklich noch eine neue gute Spitzhacke. Sehr schön. Keine ultra gute, aber die ist schon... Sehr gut. Blau ist schon echt gut. Ja, aber blau, es gibt auch mal Variationen. Ich habe zum Beispiel eine blaue mit 150 gehabt und die neue blaue ist nur 128. Aber dafür deutlich höhere Durability. Das ist schon auch gut. Also meine normale Durability hat nur 60 Durability, also Halbbarkeit und die andere 114. Das ist schon das starke, aber dafür ist die nicht so gut. So, wir können auch ordentlich Fleisch hier rausnehmen. Ja, das können wir alles noch machen, stimmt. Können wir alles nämlich braten. So, ich habe gleich alles ungeräumt. Das Ganze mit Metal ist jetzt auch wieder weiter, wieder in der Smithy drin. Ja. Vielleicht können wir uns schon ein bisschen was craften, dann sind wir weniger kalt. Ja, ich gucke mal gerade nach. Wobei, du hast die Rüstung erlernt, ne? Du musst es craften. So. Wenn du Fleisch hast, tu alles oben in den Dusty Grill rein. Der grillt ein bisschen. Und der Generator, er sieht ja jeden Moment aus, ne? Haben wir kein Öl mehr? Nee. Dann müssen wir uns ja generell nochmal um Öl kümmern hier, ne? Ja, aber das müssen wir dann anders machen, weil das müssen wir hier im Ofen machen und so weiter und so fort. Okay, ähm, schauen wir mal Leute, Amor vor, die wollen wir uns ja machen und da können wir uns auch schon was craften hier. Craften, 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 craften. Und nochmal craften. So, und jetzt hört es schon auf. So. Hast du eine komplette jetzt? Okay, wir können schon sehr viel, ja, eine komplette habe ich schon. Du müsstest ja eigentlich zwei direkt machen können. Ah, ne, reicht noch nicht, ne? Stimmt. Wo müssen wir nochmal los? Äh, für zwei reicht es nicht ganz, aber wir müssen jetzt nur noch, ähm, relativ wenig sammeln. Okay. Oh, haben wir hier noch irgendwo, haben wir irgendwo Pelt drin gehabt? Nee, ne, ich glaube nicht. Nee, ich hätte auch gerade nochmal alles abgecheckt. Hier ist kein Pelt mehr. Okay, soll ich die eine schon mal anziehen? Hm, kannst, klar, kannst machen. Okay, kannst dir auch schon mal, äh, alles was drin ist, kannst du dir rausholen. Also einen Kopf und eine Brust kannst du dir jetzt schon mal rausnehmen. Kopf und Brust. Kopf und Brust. Okay, dann packe ich die andere Rüstung. Äh, können wir theoretisch den Quetz packen, ne? Ich tue meine in den, ne, tut alles hier rein, weil wir werden auch hier respawnen. Okay, weil hier sind die Betten. Weil Leute, die Höhlen, die wir gehen, die ist auch hier im Schnee. Wir haben das Ganze in der Nähe, nur ein bisschen hier nach Norden. Und das heißt, wir werden auch hier respawnen, äh, wenn wir sterben. Deswegen sollten wir auf jeden Fall hier hin. Okay. Kannst du nämlich auch hier ein ganz kleines bisschen wieder Pfeile und Munition und so rausnehmen, damit du wieder ein bisschen mehr Gewicht hast, damit wir jetzt mehr Pelt mitnehmen können. Kann ja sowieso nicht schaden, auch vielleicht nochmal später dann fürs Paradies, wenn wir einmal hier so einen Pelt sammeln. Nehmen wir jetzt noch gut was mit. So, ein bisschen Pfeile hier hat reingetan. Scheiße, das passt schon, so viel ist das ja alles auch nicht. Ähm, okay. Findest du mich jetzt wieder stylisch eigentlich? Sieht geilo aus. So, oh ja, so in diesem Halb-Halb-Look gefällst du mir dir. Ab was, ne? Mhm. Warmer Krieger, wenn ich. Warmer Bruder. So, ich bin komm. Hä, hast du das, guck mal wie gerade Mila bei mir sitzt, hast du das auch? Was, dass sie so da drin ist? Hier hast du die Füße nach vorne? Ne, ne. Sie ist auch bei dir, ja, ja. Die hängt bei mir wie so ein Baby da. Sieht das bei dir auch so aus? Ja. Ist die Volk, was ist das? Aber guck mal, ist die, was mir gerade erst aufgefallen ist. Man kann hier casual in unserem Haus Bären pflücken. Echt? Und Fiber. Ja, probier mal. Und Stimble. Nice. Geil. Okay. Zimt. Äh, ich bin wieder halbwegs warm, würde ich sagen. Lass uns nochmal rauf und nochmal einen kleinen Run unternehmen wir hier nochmal. Okay. So, rauf auf Ghost. Können auch Rudolf töten. Was? Wir können Rudolf töten? Kriegen wir auch was. Nein. Verrückt. Nur ein kleiner Spaß. Bist du denn verrückt? Ja. Manchmal bin ich ein bisschen verrückt. Wow. Wow, wow. Wollen wir hier direkt runter? Können wir, ja. Dann müssen wir nicht am T-Rex vorbei, da vorne. Da vorne ist direkt ein Mammut. Wo? Oben oder? Da ganz hinten durch. Auf der Höhe oder? Ah, unten. Ja, ich sehe schon zwei. Hier ist noch ein Reh. Hier ist direkt ein Mammut. Da unten ist eine ganze Mammutherde. Direkt, Leute. Level 8. Das ist ja perfekt für uns. So, schnell getötet und... Ah, ein Albino! Das gab ordentlich Pelt. Mhm. Wow. Und oben, das Fleisch wird auch gerade die ganze Zeit gebraten. Das ist auch sehr, sehr gut. Das heißt, da werden wir auch gleich mehrere Stacks Fleisch haben. Wow. Die wir dann mitnehmen können. Hinter uns ist noch so ein kleiner Säbelzahntiger gewesen. Oh, das ist doch ein Wolfsrudel. Oh, fuck. Was? Die ziehen übelst. Ah, Hilfe. Wo, wo, wo bist du? Ach da. Ich schaff's einfach ab. Wissen Sie die hinter mir? Ja, lass kämpfen. Okay. Die schaffen wir locker. Das sind alles Arcos. Ja, lass uns in Ruhe. Die können wir auch noch essen. Aber ich muss mal force feeden hier. Okay. Okay, bin schon wieder ein bisschen zu schwer. Lass uns direkt nach Hause. Echt? Hast du schon genug? Ja. Ich hab schon... Wie viel hast du? Ich hab schon... 154. Äh... Ich hab 61. So, da ist... Wenn du noch irgendwas siehst, kannst du es dir auch noch essen. Ja, hier ist gerade noch ein Mammut. Dann schnappst du hier vorne. Hier vorne ist auch noch ein Megaloceros. Krass. Ach, ich seh es. Ich seh wieder da hinten. Da hinten, Leute. Da kämpft der Isi. Und da ist es schon down, bevor ich hier rangesoomt war. Zack, wieder 96 halt. Da oben ist wieder der T-Rex. Ja, ja, da wartet er. Der chillt ja ein bisschen. Aber du kannst hierher kommen. Vorne ist nämlich noch ein kleines... Ah, jetzt ist es weg. Oh, jetzt kommt der T-Rex. Deswegen ist es wahrscheinlich... Kommst schnell hierher, oder was? Ja, ja, ich war gerade auf Faust jeden. Hier, ihn hier kannst du noch töten. Und dann lass deinen T-Rex einfach vorbei. Okay? Okay. Einfach schön vorbei da. Das droppe ich hier nochmal. So, wenn ich ein bisschen leichter bin. Wie kommen wir jetzt da vorbei? Hoch, oder? Einfach oben langlaufen. Wir können da ja sowieso nicht an der Stelle hoch. Stimmt. Oh, jetzt ist noch ein Sehwetter-Tiger. Hm, hm. Okay. Gut, dann haben wir, glaube ich, genug Pelt. Dann können wir uns gleich die Rüstung fähig machen. Dann haben wir alles. Oh, mich greift gerade wieder Volkskunde an. Ja, komm mal. Dich lasse ich nicht, äh... Dich lasse ich nicht, äh... Dich lasse ich nicht, äh... Oh Gott. Wie viele sind das auf einmal? Ja, das sind echt viele. Also, ihr seht, Leute. Der Schneebio ist... Ich habe echt nicht mehr viel Leben. Ich muss weg hier. Äh, ziemlich, äh... Oh, hilf mir, schnell! Was soll ich machen? Ich werde verfolgt! Ich töte die alle, die hier geblieben sind. Ich sehe dich gar nicht. Ich weiß nicht, wo du hin bist. Das musst du alleine schaffen. Ja, ich laufe zurück gerade. Ich gehe auch ordentlich schaden gerade. Ich gehe zurück. Zum Leuchtturm. Fuck, bring was dort! Spring weg, schnell! Ich kann doch noch bringen, weil ich zu schwer bin. Oh nein! Was dort bitte, Izzy, hilf mir! Ich kann nicht. Ich habe selber nichts mehr. Fuck! Ich werde verfolgt. Kommst du nicht weg? Ich weiß nicht, ob ich weg bin oder ob die hinter mir sind. Izzy springen die ganze Zeit nur noch. Fuck! Versuch einfach weg, versuch einfach weg. Ich habe gerade Dumbo und Rudolf noch auf meiner Seite. Keine Star-Mind, ich mache jetzt Force-Feeden. Alter, wie schnell das ging, wie schnell man da immer direkt... Weißt du, weil, wenn die dich halt beide treffen, so zwei, und dann schleudern die einen so weg, dann hat man keine Chance, da so ranzukommen, ne? Ja, 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 das war jetzt gerade echt stressig, ja. Weil ich war echt auf Hälfte leben oder so und war dann super schnell, war ich dann runter. Okay, okay. Aber schaffst du es? Ich bin jetzt hier am Leuchtturm. Ja, ich habe mich jetzt wieder auf recht viel hochgeskillt. Hast du die noch getötet oder sind die da noch? Ich habe die getötet. Ich hatte dann direkt nach Rudolf und Dumbo und habe die sofort auf aggressiv gestellt und die haben die hier runtergeschopst quasi. Ach, die waren mit bei uns im Parallel, äh, im, äh, in der Base? Nein, ich bin jetzt zum Leuchtturm gelaufen und habe die dann auf aggressiv gestellt. Und hast du sie mit... Aber ich meine, sind die dann, äh, sind die Wölfe mit zur, zum Leuchtturm? Ne, die sind komplett bis hierhin gelaufen. Ach, krass. Trotz des Turms? Ja, die sind auch außenrum an der, äh, an der, an dem Gate vorbei. Müssen wir echt dringend hier mal was umbauen. Oh, hier ist noch einer. Aber nur einer, den mache ich kaputt. Wobei... Oh, oh. Kannst du mir helfen? Was? Wie? Am Tor. Wo bist du? Am Tor, ich komme jetzt entgegen. Ich komme, warte. Schnell, 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 schnell. Ich kann nicht springen, ich kann nicht springen. Oh, oh, da mache ich schon. Oh, ja, okay. Oh Gott. Das ist nur, weil ich nicht springen kann, Alter. Ach, sehr gut. Okay, ist down. Nur, weißt du, weil du bist so unbewegt. Solche Situationen einfach so häufig. Man darf nicht so schwer werden. Der Wolf ist zu langsam, wenn er nicht sprintet. Das ist echt ein Riesen-Nachteil an dem Wolf. Wenn er keine Stamina hat, ist man so wehrlos. Du kannst nicht mehr springen, du kannst nicht mehr... Ja, ein bisschen wie bei Megalodon. Dann kommt man auch nicht mehr weg. Dann muss man echt kämpfen und dann ist die Frage, überlebt man es oder nicht. Ja, und wenn du halt... Du kannst ja nicht so schnell drehen, weißt du, wenn dann zwei von hinten kommen. Eiei, 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 eiei. Das wäre echt gerade ein bisschen... Ein bisschen heavy. So. Im wahrsten Sinne des Wortes, du warst ein bisschen heavy. Ich war auf jeden Fall ein bisschen zu heavy. Aber wir sind jetzt gut ausgerüstet. Hier drin ist es auch wieder schön warm. Genau, ich mache die Rüstung für den Izzy noch fertig. Was brauchst du noch, Izzy? Brauchst du noch Schuhe? Ich brauche noch Hose, Schuhe und Hände. Hose, Schuhe, Hände in der Reihenfolge. So. Okay, wird gecrafted, Izzy. Kannst du die da rausnehmen. Ich gucke mal oben noch, wie viel Fleisch wir haben. Und dann war es das für die heutige Folge von Dizzy vs. Dinos, Leute. Oh, 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 da kommen wir gleich hier außen raus. Wir haben richtig viel Fleisch, haben wir auf jeden Fall hier. Ah, jetzt nicht mehr. Das sah richtig cool aus von außen, der Leuchtturm, als der Industrial Grill an war. Das sah von außen mega cool aus. Wir müssen auf jeden Fall... Oh, er ist auch richtig schwarz geworden. Aber ein bisschen verkohlt habe ich hier alles, glaube ich. Tut mir leid. Wir werden auf jeden Fall irgendwann später, habt ihr schon vorgeschlagen, weiter ausbauen und oben ein Stockwerk machen mit alles Glas an innen drin. Richtig schön heller leuchten. Das wird, glaube ich, sehr, sehr geil aussehen. So ein richtiger Leuchtturm. Aber für heute haben wir uns eben vorbereitet, hier im Schneebio, mit Arco und mit Ghost, um morgen dann in die eisige Höhle reinzugehen, die viele Sprünge beinhalten soll, die Level 40 Items hat, also das Höchste, was wir bisher hatten. Und ich hoffe mal, wir schaffen das dann morgen. Vielen Dank euch auf jeden Fall heute fürs Zuschauen. Schreibt uns gerne Tipps in die Kommentare, was wir so machen sollen. Und wir sehen uns dann morgen. Ich bin gespannt, ob wir das easy schaffen alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann drückt den Daumen hoch, weil es euch gefallen hat und macht's gut. Ciao. Tschüss.